Ich freue mich, dass Herr Doktor, eine Hand, ganz schwierig, Dr. Pulverer von EMBO, der European Molecular Biology Organization, nun über die Aktivitäten von EMBO-Press und ihrer, ihren, ihren, ist das richtig, ihren, die, EMBO ist die, ne, die EMBO im Deutschen? Schwierige, schwierige, grammatische Fragen. Auf jeden Fall, die, die Aktivitäten von EMBO zur Förderung des offenen Zugangs zu Forschungsdaten beschreiben wird. Vielleicht noch zum Hintergrund ganz kurz, wir hatten jetzt gerade die Perspektive sozusagen einer wissenschaftlichen Einrichtung und widmen uns jetzt insbesondere auch nochmal tatsächlich der Verlagssicht. Dankeschön. Also das ist die European Molecular Biology Organization, würde ich mal sagen. Und das war schon die Introduction. Wir sind eine kleine Akademie von Wissenschaftlern, die global tätig ist und in vielfältiger Weise Wissenschaft unterstützt. Das wird hauptsächlich getragen durch die Mitgliederstaaten, die der weitere europäische Bereich bis nach Osteuropa und ganz in den Süden, Israel und Türkei, gehen. Wir haben vier Journale, das ist Teil der Aktivitäten und die will ich nicht weiter vorstellen. Wir hatten die gestern schon vorgestellt im Sinne von unserer Open Access Conversion. Von den Journalen heute will ich darüber sprechen, dass wir eine Zukunft in den klassischen Papers in der Papierform sehen praktisch. Also nicht der Papier zelllose Form, sondern der Paper Publikationsform, weil das eine menschlich lesbare, intuitiv sehr ansprechende Version von Datenpräsentation ist, die auch in der Zukunft weiterhin, zumindest für menschliche Leser, nützlich ist, soweit wir finden. Aber das soll nicht als Alternative jetzt sein zu den sehr, sehr wichtigen Entwicklungen auf der Basis von Datenrepositorien. Und alles, was wir machen, soll by directional linking zu Datenrepositoren haben und komplementär dazu sein. Also es soll nicht als Alternative jetzt sein. Kurz dazu, warum wir Papers publizieren, es lohnt sich nochmal darüber nachzudenken. Traditionell natürlich, um signifikante Resultate aufzubewahren. Da gibt es Alternativen jetzt für zum Beispiel die Repositorien. Aber was noch sehr wichtig ist, diese Resultate auch zu verteilen und für andere lesbar zu machen. Und das ist, glaube ich, wo Journalen noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir haben gestern noch schon darüber gesprochen, über Browsing und so weiter. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so bleiben. Wir werden heute nicht über Academic Currency sprechen. Ein großes Problem und es gibt sehr viel Diskussion darüber, wie solide, zumindest in Biowissenschaften, wie solide die Qualität in Journalen heutzutage ist. Es gibt einen Skandal nach dem anderen. Und wir haben einige Prozesse entwickelt, die wir hoffen, die Qualitätssicherung deutlich zu steigern. Ich habe jetzt heute nicht viel Zeit, über unsere elektronischen Prozesse zu sprechen, sondern werde über das Source-Data-Projekt sprechen, weil es besonders darauf auszielt, die Erreichbarkeit oder die Accessibility von Daten deutlich zu erhöhen und auch die Auffindbarkeit von den Daten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, erstmal, der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist das klassische Paper. So sehen Papers aus in den Biowissenschaften. Ich glaube, das ist ziemlich universell. Titles, Abstructs, Introductions. Wir haben jetzt Synopsis aus unseren Papieren auch eingebaut. Dann Introduction, Result, Discussions und dann Anhängsel zum Paper, die es schon seit langem gibt und die sehr viele Probleme in den Biowissenschaften verursachen, weil die endlos sein können praktisch. Und ein wirkliches Hindernis zur Kommunikation bieten können. Wir wollen das Paper bei uns dekonstruieren und praktisch in vielfältiger Weise aufrufbar machen. Das bedeutet, dass man praktisch das Paper auf verschiedenen Levels lesen kann. Als General Reader will man nur durch Search Engines Bottom-Line-Informations bekommen, nicht nur Titles und Substructs. Und der Experte will natürlich die Daten sehen. Aber der Experte will echte Daten sehen, nicht nur Figuren in Papers. Und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Wir haben als ersten Schritt erstmal, was wir bei uns Supplement Information nennen, das heißt die ganzen Anhängsel in Papers abgeschafft, weil die praktisch zu endlosen Re-Reviews und Delays geführt haben und ganz einfach in die Papers eingebaut. Und das bedeutet einfach, dass wir die ganzen Figures jetzt inline in dem Papier, in der XML-Form eingebaut haben, auch in der PDF-Form. Das ist ein relativ einfacher Schritt, obwohl das technisch gar nicht so einfach ist. Und diese Figures expandable machen. Das bedeutet, man kann die an- oder abschalten. Das heißt, der General Reader kann die abschalten, der Experte kann die einschalten. Das ist ziemlich wichtig, weil das wirklich den Prozess sehr vereinfacht hat, zu publizieren. Dann kann man im gleichen Format natürlich auch Link-Outs machen zu Institutional Repositories und Sachen, die nicht in den Papers selber gebracht werden können. Wir kooperieren mit Dryad und Fixture, wo Sachen auch depositiv werden können in dieser gleichen Form. Und natürlich ist auch wichtig, dass man nicht vergisst, dass wir, zumindest in Biowissenschaften, eine große Familie von internationalen Databases haben und für alle möglichen verschiedenen Sorten von Daten, die wir auch als Requirement, Deposition als Requirement haben und auch Bi-Directional Linking zwischen den Papers haben. Was wir abschaffen wollen, ganz abschaffen wollen, ist, die Websites von Autoren als Repositivenden zu erlauben. Jetzt will ich auf die Figures noch kurz eingehen. Das Problem in den Papers, zumindest in Biowissenschaften, ist, dass die Figuren eigentlich nicht nützlich sind. Das bedeutet, die sind eigentlich eine schwarze, eine Black Box, die hauptsächlich zur Illustration des Textes dienen. Das bedeutet, dass die hauptsächlich illustrativ sind. Die sehen so aus, sehr schön farbig und bedeutungsschwanger. Die unterstreichen stark die Conclusions, die gemacht werden im Paper. Aber die sind praktisch nutzlos, wenn man wirklich was machen will mit denen. Man muss praktisch zu seinem Xerox-Kopier gehen, die gibt es ja gar nicht mehr, und sein Holzlineal anlegen und seine Kinetik nachmessen. Das ist natürlich aus dem letzten Century. Das ist nicht mehr haltbar in einer Online-Welt. Was wir wirklich brauchen für Wissenschaftler, um darauf aufzubauen, ist die echten Daten, die dazu gedient haben, die Figures überhaupt zu generieren. Ich spreche nicht von Rohdaten, die in Biologie enormes Volumen einnehmen können, Terabytes von Daten. Es würde auch keinen Sinn machen, die zu komplizieren, weil die nicht interpretierbar sind. Das wurde ja auch im ersten Vortrag erwähnt. Was wir wollen, ist die Daten, die Source-Daten in das Paper 1. Das bedeutet, die Daten, die dazu verwendet wurden, die Figures zu generieren. Das sieht dann so aus, dass man zum Beispiel eine Bardschart da unten links hat und einfach in der Figur unten klickt und die Rohdaten in Excel-Form zum Beispiel sehen kann. Das ist sehr gut. Wir glauben, dass es ein wirklicher Author-Service ist, weil das erlaubt den Autoren, ihre Daten sehr nah an dem Publication-Output mit zu archivieren. Das bedeutet auch in der Zukunft, wenn irgendwas passiert mit dem Paper, dass man genau nachvollziehen kann, was passiert ist. Es erlaubt aber ganz wichtig, anderen Wissenschaftlern die Reanalyse durchzuführen und auch die Sachen in ihre eigenen Datensätze einzubauen und darauf aufzubauen. Und weiterhin erlaubt es uns, wenn ich jetzt komme, zu sprechen komme, New Search-Functionality mit einzubauen. Und vielleicht als letzter Punkt ist es auch ein wichtiger Schritt bei uns. Wir haben ziemlich viele ethische Probleme bei uns. Ungefähr ein Fünftel der Papers, die wir fast publizieren würden, eigentlich haben Probleme, die wir extra ausbessern müssen, bevor wir die publizieren. Und dadurch, dass Autoren jetzt die Rohdaten einbauen, merken die das häufig selber. Und die, die es nicht merken und es extra machen, werden hoffentlich davon abgeschreckt, um Blödsinn zu machen. So sieht das zum Beispiel eine andere Figure aus. Sie sehen da oben links, das ist ein sehr stark eingeengtes Repräsentation von Daten, die eigentlich nur schwarz und weiße Bändchen zeigen. Wenn man dann die Rohdaten sieht, dann sieht man viel, viel mehr Hintergrund. Und so, man kann auch Repetitions von dem Experiment zeigen. Die Folie soll auch zeigen, dass alle diese Datensätzen in dem Unterner CC0-License veröffentlicht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, damit man die auch wiederverwenden kann, ohne Restriktionen. So, jetzt will ich nochmal kurz zeigen, was ich meinte mit ethischen Problemen. Das ist zum Beispiel eine Figure, die wir in einem Paper fast publiziert hätten vor kurzem, die sehr, sehr geschönt ist und eigentlich die Dynamik von einem Zellsystem sehr schön darstellt. der aber eigentlich nur illustrativ ist, wie die echten Daten aussehen, ist rechts zu sehen. Und Sie sehen natürlich, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Und wenn man dann auch die Rohdaten dabei hat, dann hat man viel, viel mehr Einblick in, was wirklich in dem Experiment passiert ist. Ein anderes Beispiel, Sie sehen ein kleines schwarzes Band, was überhaupt keinen Kontext hat und eigentlich nur sagt, ah, ich habe ein schwarzes Band. Das bedeutet, ich habe irgendein Protein gesehen. Wenn man das im Kontext sieht, dann sehen Sie, dass viel, viel mehr los ist in dem Instrument und die Expertenleser sollten eigentlich wirklich sehen, was wirklich in dem Experiment passiert ist. So, jetzt zum Schluss noch ganz kurz auf Smart Figures, wie ich auf Smart Figures eingehen. Das bedeutet, dass wir die Source-Daten in den Figures haben, wie ich schon erwähnt habe, aber wir wollen die auch vernetzen mit Descriptive Metadata. Und wir wollen, wir sehen die Figures, wir dekonstruieren die Figures in einzelnen Panels. Zumindest in Biowissenschaften ist es so, dass die meisten Papers so zwischen 5 und 8 Figures haben, die aber häufig eine ziemlich heterogene Masse von verschiedenen Experimenten sind, die einfach so zusammengebündelt worden sind, weil der Editor meinte, es müssen halt 5 Figures sein. Und es ist wichtig, auch in Excel-L-Form diese einzelnen Panels wieder zu desambiguieren. Das heißt, dass die Metadata und der Text, der zu einem spezifischen Panel passt, damit assoziiert ist und nicht mit der ganzen Figur, weil das verwirrt Machine Reading später. Und wir entwickeln gerade Technologie, um das zu verwandeln in Text-Oriented Search. Und das will ich kurz zeigen, wie das aussieht. Das bedeutet, dass wir praktisch, das ist jetzt eine Demonstration, das existiert noch nicht, das ist gerade eine Entwicklung, das bedeutet, dass wir in der Zukunft nicht nur Papers durch Keywords oder Semantik, die durch Text-Search finden können, sondern direkt von Figure zu Figure navigieren können. Das heißt, wenn ich ein Experiment habe, das etwas Spezifisches zeigt, dass ich sofort suchen kann, welche Figures in anderen Papers ähnliche Experimente zeigen. Und das heißt, es ist komplementär als Search-Functionality zu Text-Searching und es könnte enorm powerful sein, weil viele der direkten Experimente eigentlich nicht durch normales Text-Searching auffindbar sind, weil Text-Search nur den Free-Text von Autoren eigentlich analysiert und semantisch noch sehr, sehr schwach ist. Und eben der Text, den Autoren in Papers einschreiben, viel, viel flacher ist als die Tiefe der Daten, die wirklich in den Figures gezeigt werden. Ich habe jetzt nicht Zeit, genau einzugehen, wie das funktioniert, aber wir haben, wir entwickeln ein Authoring-Tool, das praktisch Annotations erlaubt, das Entity-Tagging erlaubt und praktisch Assays, Experimental Systems, Biological Entities und dann Perturbation-Observation-Designs, das sind so wie klassische Experimente bei uns in Biologie passieren, das ist erlaubt, das zu kodieren in Machine-Readable Form und dann als Output visuell dem Leser zeigt, was das Experiment ist, was da oben gezeigt ist, als Daten praktisch. Das wird dann sehr leicht navigierbar sein, weil es visuell sehr einfach strukturiert ist und dadurch uns erlauben, so eine Art von Output wieder oben rechts zu haben, dass man sehr einfach navigieren kann zwischen Figures. Wir werden das auch weiterentwickeln in einem Curation-Tool, was Autoren selber verwenden können. Bei uns ist es so, dass wir Personen einstellen, um die Situation vorzunehmen, was natürlich sehr teuer ist, aber das ist wichtig, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Wir wollen das dann durch Machine Learning automatisieren können, dass Autoren selber dann praktisch das Authoring-Tool verwenden können und die Entities selber definieren können und dadurch das hoffentlich so schnell wie möglich weit zu verbreiten durch die ganze Literature. Die ganzen Sachen, die ich erwähne, sind nicht nur für die vier Embo-Genals gedacht, sondern natürlich als Change to the Literature. Wir haben das in unseren Workflow mit unserem Publisher Wiley eingebaut. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber das ist schon alles am Laufen jetzt. Wir haben Funding dafür von der Bosch Foundation bekommen. Und der Output ist, dass man praktisch wirklich Hypothesen testen kann. Wenn man zum Beispiel meint, dass diese Drug Set da oben links in der Disease, die involviert ist, dann kann man solche Hypothesen durch diese Search-Functionality, die wir entwickeln, finden. Und das würde man niemals durch klassisches Text-Searching finden. Wir haben da Experimente mitgemacht, das sind praktisch unmöglich komplizierte Zusammenhänge, die über mehrere Papers gestreut sind, durch klassisches Text-Searching zu finden. Jetzt kurz, um aufzuhören, würde ich noch sagen, dass wir auch interessiert sind auf dem Level von den einzelnen Experimenten, das heißt, die Figure Panels, dass wir die viel dynamischer gestalten wollen und auch viel granulärer gestalten wollen, individuelle Author Contributions angeben wollen, das heißt, dass Autoren bei individuellen Experimenten sich eintragen können, sagen, ich war verantwortlich für das Experiment, dass wir die einzelnen Experimente auch mit den Methoden in dem Paper direkt vernetzen wollen und die Dissons-Daten natürlich hinter den einzelnen Experimenten auch bringen. Das bedeutet, dass es viel, viel klarer ist, wie genau ein Experiment ein spezifisches Experiment gemacht worden ist, von wem es gemacht worden ist und was es bedeutet und wer, wo die anderen Experimente, in welchen anderen Papers ähnliche Experimente sind in der Zukunft. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Gut, ich, vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, eine wichtige Sache ist Versioning. Das kam ja schon vor, in Papers ist es eigentlich traditionell unmöglich, Versioning überhaupt zu kontemplieren und wir wollen eigentlich in der Zukunft unsere Papers auch viel dynamischer machen. Ein kleines Beispiel ist, dass heutzutage, wenn ein Problem in einem Experiment in einem Paper passiert, das ganze Paper zurückgezogen wird. Es stehen meistens 15 Autoren drauf, die müssen das alle zurückziehen, alle Experimente werden zurückgezogen. Aber wenn ganz klar ist, was genau in einem Paper falsch ist, sehen wir nicht, warum man nicht Teile von Papers korrigieren kann oder zurückziehen kann. Genau, ganz ähnlich wie in Datenbanken auch. Es gibt viel zu machen und es gibt sehr viele interessante Ideen, wie man klassische Publikationen eigentlich viel dynamischer und moderner machen kann. Ich glaube nicht, dass wir, wir leben noch alle im Paper-Zeitalter, was verständlich ist, weil es einfach Gewohnheit und das menschliche Gehirn hat große Affinität zu der Präsentation in klassischen Papers. Aber es bedeutet nicht, dass man die nicht weiterentwickeln kann und auch dynamischer werden kann. Danke. Danke. Applaus Danke. 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 Danke.